Musik Ach Leute, was macht ihr denn? 41 ist er dazu auch noch, der steht auch 2 Level über uns. Hey, wo ist unser Messer-Welpes? Wo ja nicht. So. Äh, Problem. Was kam da angeflogen? Achso, da ist ein Goblin. So, wollen wir mal gucken, wie lange wir dann wieder brauchen zum Upload. Also das letzte Mal habe ich für, ich glaube 7 Folgen waren das. Äh, von 12 Uhr mittags bis, also 8 Stunden habe ich da gebraucht. So, wir haben aber auch nichts, was wir irgendwie jetzt aktivieren könnten. La, la, la. Und das war's schon. So, jetzt muss ich mal husten. Ah, Lederhosen, die brauchen wir natürlich nicht. So, huch. So, jetzt wird's interessant. So, stunnen. Ach ja. Wie gut, dass niemand weiß, dass ich daneben schieße. So, haben wir doch eigentlich relativ souverän gemeistert, würde ich mal behaupten. Da kannst du noch nicht lang, Kollege, da musst du auch noch nicht lang. Wir müssen erstmal hoch. Ah. Ja, wenn sie nicht wollen, dann, mein Gott, laufen halt hin und her. Außer, die haben das jetzt natürlich so abgeändert, dass man nicht mehr diese komischen, äh, Teile kaputt machen muss. Toll, der arme Irrwisch. Das arme kleine Ding. Der hat wohl keine... Keine freundliche Beziehung zu den Chandra-Lars. So, warte mal, das hier kommt weg. Das hier kommt weg. Das hier kommt weg. Stun! Ich möchte nicht geblitztingst werden, danke. Und wir haben Stufe 40 erreicht. Wir können geübtes Reiten. In den Hügel der Klingenhauer. Das Schreckensrost können wir beschwören. Jo. Toll, toll. So, lass mal ins Zauberbuch gucken. Wann kommt denn hier das nächste Sinnvolle? Der Chaos-Blitz mit Stufe 42. Das ist... Hup! Wunderbar. Also, mit Stufe 42, da geht's richtig zur Sache. Geht's da? Und da ziehen wir am Account-Equipten wieder vorbei. Bin ich jetzt unterbrochen worden? So, die Dinger müssen aufgehalten werden. So, kein Loot für uns. Kein Loot für uns. So, schauen wir doch dann mal, wo die Leute überhaupt alle herkommen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Weil ich hier komplett in meinem Erzählwahn war. So, von Faglore, von Malrode, von Terra und... Hey, der kommt sogar von unserem Server. Achso, wir können jetzt auch hier einen von, keine Ahnung, 20 Trilliarden Titel können wir jetzt hier auswählen. Aber der geduldige nehmen wir hundertprozentig nicht. Ist jetzt weniger Titel geworden, das schaut so aus. Achso, ja, den bekomme ich ja erst, wenn ich dann die, dementsprechend die Stufe erreicht habe. Dann nehmen wir doch einfach mal... Ältester. Alt wie ein Buh in einer alten Bibliothek. Uff. Lalalalala. So, das ist der zu benutzen, der Gesundheitsstein, ne? Yes. So, den hier, den... Ich muss mir das mal angewöhnen, hier als Shift zu drücken. Das machen wir so und so. Was wollt ihr denn von mir? Ich habe euch gar nichts getan. Da fehlen mir die Worte. So. Ja, dieses lustige, blaue, umherkreisende lässt du mich mal nochmal laufen. Ich hasse Levitieren. Blaue Schildchen, das... Müssen wir erstmal wegmachen. Und dafür müssen wir eben hier diese komischen Dinger da zerstören. Diese hier, also die Arkaden-Typen hier. Die müssen wir einfach nur killen und dann geht das Gewinsel hier aus. Und dann können wir hier zum Boss rein. Ach ja, was gibt es sonst noch Neues zu erzählen? Ach ja, ich könnte ja ein bisschen was aus dem Patch Notes noch rauslassen. Ähm, es wird wohl hier ein... Was ist denn jetzt? Ach, Fraps hat wieder seine fünf Sekunden. So, Platte brauchen wir nicht. Äh, für verbesserte Handwerkssachen, also epische Gegenstände herzustellen und mehrere Dailies machen zu können, bla bla bla. Wird es, äh, das nennt sich irgendwie Einklang mit sich selbst oder sowas. Da gibt es wohl irgendwie so Einklangsessenzen, Gerödel, ätherischer Scheiß, irgendwas. Und damit kann man dann quasi neue Sachen machen. Also so wie ich das jetzt rausgelesen habe. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Pandaria existiert schon. Ich kann mal ganz kurz hier so zack, 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 zack. Hier, ah, Pandaria. Schon komisch, so bis Level 90. So, wundert ihr euch, dass ihr nicht reinkommt? Da müsst ihr nach oben, ihr Drops. Ich hab's euch ja gesagt. Aber anstatt da jetzt zu laufen, ne? Machen wir es uns einfach. Blöde Fledermaus, die erwartet uns bestimmt noch, wenn wir wieder aus dem Dungeon rauskommen. So, jetzt geben wir aber dann erstmal die Quests ab. Nicht, dass ich hier noch aus Versehen pulle, das wär ein Skandal. Was hat er erwartet? Komischer Typ. So, wir haben schon wieder 12%. So, und die andere, die geben wir ja da oben ab, genau. So, da laufen sie, die Jungs. Beziehungsweise schweben, wie der lustige Xanthipi. Wie heißt er denn? Nullfip. Hallo? Nein, nicht den, den. Hey, ich bin festgefroren. Was soll denn das? So, ähm, Platte brauchen wir auch nicht. Hey, aber merkt die was? Das Gebärde ist weg. So, da hinten, die markieren wir gleich mal mit einem Totenkopf. So, wenn der Idiot hier mal von meinem Loot runter könnte. Geh weg, mein Loot. Hau ab. Mei, 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 mei. Ab. Jetzt ist es wieder da, verdammte Schalalala. Oh, ein Geist. Ein garstiger Geist. So. So, da hat man jetzt mal gesehen, dieses Lebensentzug-Teil. So, ich möchte, dass du mich in Ruhe lässt. So, jetzt hat man gesehen, da hinten hat es auch geglitzert. Und er hat aufgehört, als wir gelootet haben. So, jetzt geht's. Vielen Dank.